Moin Leute, euer Damrix ist heute mal wieder am Start. Heute zu einem neunten Video. Heute spielen wir Survival Games mit zwei anderen Randoms und ja, ich hab einfach gedacht, spielen wir das mal, weil ich heute eh über ein paar Themen reden wollte und ja, da dachte ich, passt perfekt, einfach mal eine Runde Survival Games zu spielen. Ich hab schon ein bisschen gespielt, okay, nur Co-App bekommen, aber egal. Gott, die hässliche Map, ja, ich hab schon mal fünf Runden, ich hab auch eben schon mal aufgenommen, aber wie behindert ich auch immer bin, ich hab vergessen, ähm, den Ton mal wieder aufzunehmen, richtig. Das hat also in der Aufnahme ein bisschen rumgespackt. In der ersten Runde hatte ich verloren, in der zweiten Runde hatte ich gewonnen, kann ich auch mal einblenden, wenn ich es nicht vergesse, wie ich richtig krass die zweite Runde gewonnen hab, gegen ein Team. Komm. Komm. Er läuft nicht rein. Komm, komm, komm. Nein. Jetzt, ach, guck mal, was haben die denn alle so OP-Zeug? Ist doch lächerlich. Komm. Ja, Dead Hacking. Achso, das ist kein Hacking, ich glaub, das war nur ein Bug. Ja, easy geworden. Gucken wir jetzt, ob ich gebannt werde. Ich wurde nämlich bisher überall auf jeden Fall, richtig krass. Ja, okay, so krass war es auch nicht. Ich hab gewartet, bis sie sich aufgeteilt haben, dann haben sie sich irgendwann mal aufgeteilt. Ich find keine Kisten, hab bisschen Blatt gemacht und ja. Aber erstmal, ich hab einen neuen PC, hab einen neuen Minecraft, ähm, Account, auf den ich aktiv jetzt... Ach, Mann. Bin ich dumm oder so? Ich find's halt hier so dumm, dass man keinen Platz hat. Ich hab hier nächsten zum Bogen. Atmung. Wer braucht Atmung bei einem Lava Level? Alter, jetzt hack ich mich ab. Aber erstmal, hier die Boge, erstmal den Holzschwert auf 1, Tränke hier, zack, Essen, Pfeile. Ja, mir ist da nicht drin. Und ja, ich hab einen neuen PC, da hab ich mir jetzt schon mal einen neuen Minecraft-Account gekauft, weil ich mit anderen nicht zufrieden war. Irgendwie. Oh, sorry. Ähm, und deswegen hab ich mir einen neuen Minecraft-Account gemacht, hab einen neuen Skin. Heißt er Denwix YouTube. Falls ihr wissen wollt, wie mein Skin aussieht. Ich hab einen neuen Banner. Da ist schon mal mein Skin drauf und der Banner kommt ganz neu von. Ich muss mir kurz den Namen angucken. Ich hoffe, ich werd so lange nicht angegriffen. Bei, ähm, Krifer Army, Krifer Army Perfect Design. Da könnt ihr auf jeden Fall mal bei dem vorbeischauen. Der macht gute Designs. Und ja. Der ist am verrecken, 89 gegen mich. Oh, Kombo, Kombo, easy. Ja, geil, das war jetzt nicht so schwer. Wir werden es gleich in der zweiten Runde bis dann. Und da sind wir auch schon wieder in der zweiten Runde von Minecraft PVP PS4. Und hier in der letzten Runde haben wir gewonnen. Richtig krass. Und jetzt haben wir mal eine Lobby, wo ein bisschen mehr drin sind. Heißt umso schwerer, aber kriegen wir schon hin. Ich bescheuert. Gott, aber ich weiß, ich hab gerade eine Runde zu Koko und Kayn der Farmen geteamt. Und Punisher. Äh, okay, die quitten alle. Von mir aus dann wieder gegen drei. Kann ich auch von mir aus machen. Äh, ich, ah, erstmal Map bilden. Ich hab Bock auf die Bucht. Ich hab Bock auf die Bucht. Ich find das die beste Map. Obwohl, die ist auch nicht so groß, aber egal. Ich warte hier extra zehn Minuten und dann verlässt der Spiel. Bis gleich, Mama. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Hier. Zwei kleine Team-Bilden. Die sind die ganze Zeit die letzten zwei. Ich warte hier die ganze Zeit. Und sie teamen. Ich verstehe so Leute nicht. Die verstehen, glaube ich, kein Minecraft. Aber auf PS4, da hab ich schon sehr viele, die reden einfach in der Lobby. Die sind dann so fünf Jahre alt. Und denken, sie werden lustig, wenn sie die ganze Zeit Team, sogar Team, wenn keiner mehr lebt. Ja, und vor allem, ich quitte die ganze Zeit und suche eine neue Lobby. Aber... Ich hab nicht so schnell verlocken, um die PvP zu spielen. Weil ich schon ein bisschen abführe. Vor allem, ich gewinne fast vier. Obwohl, ähm, die haben... Okay, einmal hatte ich aufgenommen. Hat die Aufnahme nicht genommen. Obwohl ich gewonnen hatte. Aber ich hab da auch keinen. Und der... Ja. Auf jeden Fall ist der gute Kräferarmee-Designer. Also mein Designer. Auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung von Link. Er kommt ja mal zu einem Zweitgenau. Weil da hab ich auch eine Leuchte gemacht. Der Park im Hochspiel hab ich schon ein paar Mal schreckt. Mal schon ein neues Atmosphäre von dem Spiel und so. Und hab ich auch grad ein neues Let's Play gestartet. Also, ähm... Es geht jetzt, dass man nicht hängen ist und muss ausbrechen. Und das ist ziemlich schwer. Und ja. Ich fange jetzt einfach an zu reden. Weil die ganze Team und ich jetzt einfach abfahre. Runde endet wenigstens von uns. Und auch jetzt fängt er an zu kampfen. Weil es gleich fertig ist. Aber auch so ein Einstecker. Okay, komm. Ne, gewinnt. Ich bin ja der, der hat die Axt hat. Okay. War er doch nicht? Ja, und da sind wir schon wieder. Es fängt gleich an. Und ich hab hier eine Schalter gefunden. Da werden einfach mal random Raketen rausgeschossen. Und ja. Es wird gespielt. Die Drachenbucht. Nice. Die hab ich die Karte gewählt. Einfach weil ich in die gespielter war. Die sieht auch nicht so groß aus. Also. Oh Gott. Ich hab verkackt. Och. Ich hab Sachen bekommen. nur eine Holzpick X. Oder was ist das? Zehn wie voll die komische Grafik. Aber. Das ist auch die Map. Oh Gott. Das ist keine Kiste. Die Grafik ist ein bisschen hässlich. Der Schädel. Kann mal gucken. Wo hier die Kisten sind. Ich kenn die Map nicht. Hier vielleicht ist die Map doch nicht so gut. Warten auf Carla Free Kill von mir. Ich will einen freien Kill. Indem ich in die Lava stoße. In die Lava mit dir. Easy. Alles klar. Easy. Ging auf Carla killen. Und sagen easy. Also. Geil dann ist. Gut. Bist du. Nice. Ist das besser Schutz? Und was hat das? Okay. Zwei Schutz. Dinger in einem Ding. Okay. Oh das Holzschwert finde ich. Aber es sieht schon nice aus. Ja okay. Ist schon ein bisschen verpixelt. Ich mag eher so hochauflösende. Texturen. Packs. Mann. Wo sind denn hier die ganzen Kisten. Oder wo sind die Gegner. Wie viele leben denn noch. Viele. Also. Müsste hier mal welche sehen. Okay. Da oben. Also wenn da oben keine Kiste ist. Dann war ich auch nicht mehr weiter. Oder. Ja was sind das denn. Was ist das denn. Aua. Was war denn das jetzt schon wieder. Gekocht. Ich war. Ja ich habe kein Essen. Toll. Da war glaube ich mit dem Bogen angeschossen. Ja da hängt ein Pfeil in meinem Körper dran. Oh Gott. Wo sind denn hier bitte Kisten. Abfakt pur. Sollte mal sprinten. nicht unbedingt springen vielleicht. Aber Kisten. Ach das ist eine Kiste. Wird noch nicht gelootet. Eine Lederhose. Oh Gott. Wo ist sie. Okay. Angezogen. Nice. So. Aber ich hätte auch gerne vielleicht einen Stein schwört. Goldrüstung. Eisenrüstung. Keine Ahnung. Irgendwas Gutes vielleicht. Ich will hier nicht immer mit so gucken. Aber wer läuft da mit so. Man sieht noch nicht mal richtig. Ach das ist eine Kiste. Oh. Nice. Ich bin zufrieden mit der Kiste. Crap tust mal rein. Ich guck mal dass jemand hier kommt. Rein. Rein. Anziehen. Was hat das da? Dornen. Hm. Ne aber Ketten ist dann glaube ich doch ein bisschen besser. Und ich backe halt. Alles klar Digga. Oh. Oh. Das ist ein Dreierteam. YOLO. Look at mine. Blauen. Ich werfe den Pfeil weg. Es ist echt ein Dreierteam. Ich werde Unsichtbarkeit reinziehen. Und zack. Reingehen. Oh Gott. Schlechte Idee. Okay. Nein. Ich muss weg. Ich gehe weg. Ciao. Meine Unsichtbarkeit ist gleich weg. Ich habe eine Hose an. Ich bin dumm. Okay. Ich bin eh wieder da. Ich muss Rüstung anziehen. Nein. Okay. Bester Plan EU den ich jemals hatte. Ich habe auch gesehen das es gar nicht bringt zu sneaken. Weil man immer den Namen sieht. Aber. Egal. Okay. Warte mal. Ich brauche mal wieder Kästen. Und die besten Kästen sind in der Mitte. Aber da ist es auch ungefähr Listen. Deswegen würde ich eher ein paar Kästen noch hier. An der Seite. Und ich wollte ja noch reden. Es gibt einen neuen Upload Plan. Ich versuche täglich zwischen 19 und 18 Uhr. Nein. 20 und 19 Uhr. Versuche ich ein Video rauszubringen auf den Kanal. Und ja. Mal gucken ob ich es durchziehen kann. Es wird natürlich nicht immer gehen. Weil ich natürlich auch noch Sachen zu tun habe. Und manche einfach. Weil ich keinen Bock habe oder rausgehen will. Ich mache ja auch YouTube noch Spaß. Oh shit. Hey. Digga. Was für eine Kiste. Look at that. Kiste Digga. Kettenstiefel. Ne. Ich habe Gold oder. Schutz 1. Ja. Die sind dann glaube ich besser. Hier. Schenke ich euch. My present for you. Oh. Das ist Schwäche. Hm. Feuerwiderstand ist schlecht gut. Braucht keiner. Langsamkeit. Hm. Schwäche. Ich glaube Schwäche ist ein bisschen besser. Okay. Ich habe einen guten Bogen. Und viele Pfeile. Ja. Gute Rüstung. Naja. Ich habe keine Brust. Und Rüstung kann auch wieder besser. Besser darum besser. Oh. One on one. Dann gehe ich glaube ich mal drauf. Ich glaube aber der hat viel bessere Rüstung. Oh Gott wo ist er. Die Frage ist wo ist der denn. Ist nicht mehr in der Mitte. Ich sehe ihn nirgends. Alter sieht aber schon geil aus. Naja aber ich finde die Map ein bisschen klein. Nein. Und zu wenig Kisten. Ja moin. Okay hier. Ich hoffe der kommt mich schon hinten. Sofortschauen finde ich besser. Frank der Heilung. Kann man sich immer gönnen. Pfeile. Und nur her damit. Und sich über kalteln wir auf mit diesem Dreck. Und tun dafür. Oh stärker und viel besser. Ich habe Stärke trankt hier. Und wo ist der aber. Ich habe aber immer noch keine gute Rüstung oder. War da Rüstung drin. Ich will nochmal nachgucken. Nicht dass ich da was verpasst habe. Ne ich brauche Rüstung. Es sind überall nur Lederkappen. Oh da oben ist eine. Da war bestimmt noch keiner. Hier Twiggy Weg. Ja nein. Eisenhelm. Nice. Kommen wir mal kurz das hier weg. Schrakenschuhe. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Eisenstiefel. Dornen eins. Leider keine Brust. Aber. Look at der Trüstung. Es ist nice. Es ist einfach nice. Okay er kommt oder? Zeit für den. Trank. Und Kampf. Ich habe Stärke man. Ja. Knockback. Zehntausend Digga. Komm. Yeah. Mit einem Herz gewonnen. Ich hoffe schon. Wir haben beide Runden gewonnen oder? Nice. Also es war es aber auch mit der Aufnahme. Ich will mal gucken ob ich gekickt werde. Weil ich eigentlich immer gekickt werde. Wenn ich gewinne. Ich kann aber Chi Chi erst mal an ihm. Okay. 3, 2, 1. Kick. Schade. Nein. Okay. Aber wir lassen die Runde. Es war es mit der Aufnahme. Guckt auf jeden Fall bei meinem Designer vorbei. Auf meinen Zweitkanal. Könnt ihr auf den Fall ein Abo da lassen. Ich freue mich natürlich auch über jeden Kommentar. Könnt ihr mal reinschreiben. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.